hallo meine lieben und willkommen bei einer neuen folge daylight oder stierische folge daylight so rum immer diesen quatsch da so mit unserem wieder zombie zerschnitzler nummer eins der big dom dass der ist hier voll am start so haben wir die airdrop schon schnell war ja da holen wir uns nicht mal schnell ist jetzt auch über alle besser eingelaufen so ich will gerade sagen kommen wir jetzt hier hoch oder was ja sonst konnte man ja in der letzten folge nicht alleine das nicht ja ich glaube wir brauchen doch ein babysitter von der apokalypse ich brauche doch um nicht da fällt sich jemand an weiß ist gerade sag mal wo laufen jetzt eigentlich gerade hin wollten wir nicht die blumen holen ist auch kein erde verbunden na klar hier vorne ist sicher ich sehe ihn gar nicht ich sehe ihn ich sehe ihn nicht wahrscheinlich der einzige der ihn sieht ja ich sehe ihn nicht ne der ist unten dominik da unten ist er ich sehe ihn das sind aber zombies siehst du ihn ja ich sehe ihn da kommt auch gerade so ein schattenjäger auch noch warte mal ich kann doch knaller schneisen schneisen schmeißen 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 laufen die da hin ich mache es jetzt einfach auf bist du schon unten oder was ja ich bin schon unten ich bin schon am aufmachen geh weg so weg hier ach so wir wollten ja eigentlich die blumen pflücken ja da müssen wir auch hin musst du mal anmachen du bist meinst du ja so ich habe jetzt nur ach so ja auch so so egal waaah will quarantänezone entdeckt du ja jetzt auch noch eine ja na Patrick was verfolgt dich denn hoppala hast du dir auch schon gemacht die Quarantänezone bei deinem anderen Spielstand ne ne ich habe auch keine Quarantänezone dann gemacht ach so ey warum verfolgen die mich so übel zu ey was verfolgt denn dich was verfolgt denn dich so verkiss dich und das ist die Kräuter ja mhm war es das oder wie ist auch noch eine Statue wo denn hier ach da in der Hand genau er hat sie in der Hand ach so soll sie sich da abgeben oder was ja ist aber auch noch was der Stuchung sieht den markierten Bereich nach Giftkräuter wo ist denn das Giftkräuter mach mach das mal an wo ist das was war denn die Giftkräuter keine Ahnung ach ich weiß glaube war das hier vorne ne bei Emma ist Mitternachts Braut bringen sie die Kräuter zu Krusel ja das haben wir gemacht durch den markierten Bereich nach Giftkräutern ich habe sie gefunden die sind hier unten diese komischen Blatter wo sind auf der Karte markiert ach so auf der Karte sind die markiert das sind extra wo sind die da hier unten da ist so ein Blatt da steht Giftkräuter dran unten ist so ein Blatt da steht Giftkräuter dran also nicht das große Blatt da ist noch so ein kleineres Blatt wo bist du denn jetzt wenn wir jetzt da stehen warte 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 der Pilz rechts ist das nicht ich markier es toxinische Flechte oder was du hast markiert ich habe es markiert ich sehe es trotzdem nicht wo denn ach da hinten da unten genau da müssen wir hin da müssen wir hin ja da müssen wir da hin da müssen wir da hin du was sagst wir da hin müssen ich weiß es ich glaube da ist wohl ein doofes Vieh du weißt es du weißt es du weißt es du weißt es genau ich habe ja das Spiel ein bisschen zu viel gespielt ja habt das gehört Leute sucht die einfach nur sucht die kann nicht genug kriegen kann nicht mal auf seinen kleinen großen Bruder warten dass er mit denen zockt und das gemeinsam die Erfahrung genießt dieses Spiel durchzuspielen ich habe das Spiel doch schon mal durchgespielt ach echt als es damals raus kam hab ich das schon mal gespielt ja ja ok hab ich mir das glaube ich mal ausgedient gehabt ha was aus dem Videopost oder was ich glaube ja ok na die haben doch da hinten ihre Abteilung noch wir haben im Turm kein Gas mehr und anscheinend geht es im Rest der Stadt genauso was ist passiert hätte keine Ahnung was wo war eine Kiste die haben doch das letzte Mal schon aufgemacht vielleicht kann ich ihn finden du musst ihn finden und zwar schnell er soll sich eine eigene kleine Festung hinterm Bahnhof gebaut haben und doch alles nach der Fachmann Tagebucheintrag das ist ein bisschen falsch das ist auch noch eine Kiste auf hier hier ist bestimmt auch noch Müll drinnen da da ja bei mir war da wieder nichts drin das ist aber auch und hast du eigentlich die Taschenlampe an oder hast du das hier aus? ne die hab ich an ok was gibt es hier schönes? jetzt hab ich sie aus da ist irgendein Vieh ja schlecht jee was denn? die Nacht überlebt jetzt haut das Vieh ab hier der rennt von mir weg oder was macht der hier? ne der rennt jetzt weg in seine Höhle wieder achso ich werd grad sagen wir können doch Tag übernicht hier rumlaufen achso und hier ist der Typ wo du dann die Herausforderung machen kannst mit dem Sturmgewehr wo? ne hier oben der Typ ach der kommt dann erst noch ne der ist hier schon echt Marcel nämlich die erste Herausforderung ist mit der Schrotflinte und die zweite ist dann mit dem Sturmgewehr wo du 60 Zombies umnutzen musst aber musst du nicht machen ja der trittest immer so und die ganzen Beutel bleiben hier unten liegen achso also da kannst du schön Metallteile und so fahren und Alkohol und Geld ok hm sag mal wir möcht' die Quests hier auch noch mitnehmen ja da nehmen sie aber mit das sind noch mehrere Quests gell hier ja ja etliche wieder zu unten Patrick was die ist die ist da unten drinnen achso die ist da unten drinnen hast du alle mitgenommen jetzt oder was? ne geht doch nicht achso müssen Samt da hin quasi ja 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 und zwar einen der sich was traut Nein, geh nicht. Ich bin total gechillt. Also ich fertige diese Fackeln für Rais, okay? Fackeln so wie Signalfackeln? Nein, UV-Fackeln. Die Dinger in der Nacht können sie nicht ab. Wegen UV, verstehst du? UV steht für Ultraviolett. Ist so ein Wissenschaftstingsbums. Verstanden, UV-Fackeln. Und weiter? Nichts weiter. Mein Zink ist mit Fluor verunreinigt und damit unbrauchbar. Außerdem habe ich kein Terpentin mehr. Das ist nicht schwer zu bekommen, aber jetzt ist alles schwer zu bekommen. Und wenn Rais Männer kommen, um die Fackeln abzuholen? Männer? Psychopathische Neandertaler. Auf Drogen trifft es wohl eher. Was brauchst du, um die Dinger zu machen? Nur Zink und Terpentin. Alles andere habe ich. Alles, was ich brauche, liegt im Lager des Zugdepots. Nur kann jemand wie ich dort draußen keine fünf Minuten überleben? Überraschend, dass jemand wie du es überhaupt geschafft hat. Oh ja, ein Komiker. Haha. Lustiger Mann. Sehr lustiger Mann. Vielleicht kann ich dir helfen, aber in dem Fall will ich die Hälfte der Fackeln, die du herstellst. Die Hälfte? Niemals. Hast du ein Rad ab? Besser auf die Hälfte verzichten als gar nichts behalten, oder? Na gut. Stimmt auch wieder. Das Händler. Scheiße. Du schon wieder? Sag mal, was machst du hier? Bleib locker. Ich bin nicht mehr bei Rais. Eigentlich war das auch nur eine einmalige Sache. Zur Sicherheit des Turms. Und es tut mir leid. Ernsthaft. Tatsächlich? Sicher. Ich war und bin Brackens Mann. Du kannst jeden im Turm fragen, wenn du mir nicht glaubst. Also, was ist los, Jafar? Wir haben Rais' Funkverkehr abgehört. Eine seiner Crews hat auf der Baustelle irgendwas gefunden und war ziemlich auf dem Häuschen. Sie haben nicht gesagt, was genau. Aber es soll den ganzen Turm zum Einsturz bringen können. Jemand muss rausfinden, was es ist. Und das Zeug stehlen oder zerstören. Das bin dann ich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Job. Man sieht sich dann. Oh, schwer. Wie geht denn immer das Licht aus, wenn ich hier... Komisch. Na gut. So, kann man hier auch was verkaufen? Gibt es hier einen Händler oder was? Ne, hier gibt es keinen Händler. Ne, den Händler gibt es nicht mehr. Hier war eigentlich immer einer. Aber... Echt? Keine Ahnung. Naja, der ist dann einfach weg. So. Noch ein Stück bei da rum, glaube ich. Ich wollte ja jetzt zu den Pflanzen. Ja, hier unten kannst du verkaufen. Hier. Ich weiß, die hier sind noch Händler. Haben wir noch was zum Verkaufen? Boah, ich gebe es dir Gold in der Hacke. Ich habe noch. Du hast noch. Ey, die kosten 9000. Ich finde das ein bisschen heftig. Bei mir gibt es Qualität zum fairen Preis. Ne, das ist mir zu heftig. Also, ich habe bei meinem anderen Spielstand... 450.000. Echt? Geld. Geld. Ist ein Haufen Zeug, oder? Komm her, du Pissnet! Ja. Was ist denn hier unten los? Was machen die denn da? Die haben wir uns auf die Treppe. Bracken, hier ist Crane. Hörst du mich? Bracken, hörst du mich? Ach, scheiße. Jade, hier ist Crane. Hörst du mich? Crane, wie viel Antizin hast du denn? Raius wollte das... Also... Er hat uns reingelegt. Ich habe nur 5 Ampullen. Was? Verdammt! Das reicht nur für ein paar Tage. Hör mal Crane, wir haben ein Problem hier. Im 18. Stock kam es zu einem Ausbruch. Komm schnellstens zurück und verliere das Antizin nicht. Komm her, du Miststück. So, irgendwo hier müssen jetzt die Planken sein. Neue Quarantänezone entdeckt. Wie bist du da drüben? Ach, hier war auch eine Kiste. Siehst du? Ja, man hieß denn auch die Kräuter oder was? Hm. Zu lila, eine Stinger. Schau mal, eins ins Wasser gefallen oder was denn, Erdwurt? Ja, der liegt da immer. Ja, wo sind denn die Pflanzen, Dominik? Ich sehe hier nichts. Dann komm mal her, hier zu mir. Ich heiße dir. Hier ist zum Beispiel eine. Wo? Ach, da! Gut zu wissen. Da drüben ist auch eine. Wo ist das Wurzel? Wir brauchen noch eine noch. Ah, ich hab's ja. Ich hab's ja. Ich hab's ja aushalten, ey. Haben wir sie alle oder was? Hm. Hau. Ja, schön. Das ist zu für Probleme. Hä? Wo ist sie hin? Du, Fö. Huh. So, was machen wir mal jetzt? Ja, jetzt schaffen wir erstmal die Pflanzen darunter, oder? Wieder. Die Sicherheitszone. Oder? Oder was machst du? Was machen wir mal? Ja. Nichts. Ich hoffe ja nur auf dich. Oh, haut er nur ab, weißt du. Das ist immer leer, die Dinger. Also fast immer. Na? Dann dann schon mal davor. Oh, da. Da, da. Ruf da Halt die Presse Oh, sehr schön Hier ist ein bisschen Dings Wohl Paffee Wohl Wohl Was geht los ist Du solltest alle aufschlitzen hier Ja, was soll ich machen Du warst doch gerade am Schlösser knacken Das stimmt Muss ich die blöden Viecher erstmal ein bisschen ablenken Guck Guck Du hast hier noch den Schrank vergessen Wollt ihr einen vergessen? Ja Schrank Ist das doof oder was Oh Sehr schön Was bist'n du eigentlich, gell? Wiss ich Du hast doch bestimmt nur wieder Alkohol hier in dem Schrank Da ist ja meistens aber ich doch drinnen Apropos Alkohol, müssen wir doch mal einen kleinen Schluck trinken Dann trinkt man was Oh Schön zerstüppelt Oh 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 da ist eine Kiste da hinten Ganz einsam steht hier schwer Mach hin ja Ja Ich komm schon mit Krieg's nicht Jetzt ja Ne Jetzt Ich hab's offen Oh Was ist am verkaufen Piss dich Was hier los ist Was hier los ist Und Abfahrt Oh Drüb 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 Schnell 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 So Der wird die Kräuter haben Du hast mein Wolfswurz Gut Das war sicher nicht einfach Warte ich hab was für dich Hast du dir verdient Geld Was soll's auch sonst sein, gell? Hm Hm Was soll's auch sonst sein Ach ich glaub denen müssen wir die äh Kräuter geben noch Die anderen Kräuter Den Den da oben So mal hier an der Tafel Ja komm Hab schon angenommen Hm 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 Die Hilfsgüter Nachwürfe sind sinnlos Das ist Rais gewalt Sicher doch alles Sie schon wieder Sagen sie Rais Er kann mich am Hey was ist das? Haben sie Kräuter? Wunderbar Jetzt muss ich nicht mehr mühselig nach Essbarem suchen Sie sind mir ein Rätsel Aber hier ist ihr Lohn Haben sie sich redlich verdient? Was ist denn das jetzt hier? Hellberg Tunnel Quarantänezone erkunden? Lust markiert? Nee Nee Mit erholbarer Quests? Nee hab ich nicht Begeben sie sich zur Baustelle Das haben wir übelst die Nebenmissionen ey Mhm Also die Nebenmissionen halten dich wirklich sehr auf Trab Echt? Mhm Aber du kriegst halt ja auch äh Gute Baupläne manchmal Ja Sollte ja auch so sein glaube ich Naja ich hab als ich es durch hatte Drei äh goldene Baupläne Oder gelbe Aber nur drei Ich weiß gar nicht wie es überhaupt gibt Das ist nicht unten Es gibt bestimmt noch mehr Derrick hat auch was hier unten Mhm Achso ist alles voll Ich will ja erstmal zum Turm jetzt gehen Ah jetzt kann man hingehen meinste Jaja jetzt kann man wieder hingehen Dann kriegen wir ja noch mehr neben Quests Jaja das ist ein Räumenspiel Was hast du denn erwartet? Ja können wir ja überlegen ob wir die dann aufcam machen weil Oder? Ja können wir machen Ist ja nur ein hin und her renn immer Ja Deswegen Und ich verstehe das auch ja So selber wenn man so selber Videos guckt Also ich könnte eigentlich die ganze Zeit zugucken wie er hier am looten ohne Ende ist Das ist auch nicht Ne das fetzt nicht gell Irgendwie Also wenn du das selber machst ist das was anderes Irgendwie Boah du trägst ja auch Aber es könnte halt einfach dazu oder nicht Jaja Knack gehört dazu Na aber es ist halt langweilig Das stimmt ja auch Oh hier ist ne Dings zum Blick Dann müssen wir doch mal reingehen ja Ja jetzt bist du gekommen Das wars jetzt oder was? Das war die Kasse? Das wars Enttäuschend Was hier der Krankenwagen? Ne jetzt kann Ach geil Ach geil Du schmetzelt Brenn du ein Stück Da hast du wohl nah gerannt Ja Die Sau Wollte Stücksau Wollte Stücksau Alter Stücksau Hier waren wir schon lange nicht mehr, gell? Ne Stimmt, hier waren wir wirklich lange nicht mehr Läuft gerade zur Quarantänezone, gell? Achso, scheiße, ja, sehe ich auch gerade Alter, was hier alles aufploppt Ja Oh, ein Erdrupp, Dominik Da raus hier Na, denne, da holen wir den schnell noch Ja Was ist er denn, ey? Alter Und das jetzt? Was denn? Komischer Zombie, die kommt mir einfach in die Quere gelaufen Puff Moria Hasten Ach, sind wir noch nicht da Ne, sind wir noch nicht da Halt dich doch fest Oh, ich komme nicht hoch, Mann Ey, das war jetzt unfair, Leute Echt, ich habe jetzt übelst gehangen Und war der niedergeschossen, ey Wird ja gar nicht so ein Gepicke gemacht Komm, die Knallzeile ab Naja Das geht am schnellsten, man hat das immer noch effektivste Waffe, würde ich sagen, ne? Naja, gegen solche Gegner und gegen die, äh, großen Zombies Okay Da musst du nicht unbedingt in den Nahkampf Packst du Knarre aus und immer schön in die Birne Ja, müsste man machen Ja, müsste man machen Hast du recht Also hier für die normalen Zombies benutzt auch hier die Axt Oder Messer, Baseballschläger oder was es alles gibt Boah, es hängen schon wieder Hier oben ist auch ne, hat sie Knarre hier oben aufgehoben? Ne Wo ist die? Ah, hier Nicht mehr da Doch, ich habe sie Oh, ich habe mal eine Ich habe mal echt eine abgekriegt von Dominik Also, soll schon was heißen So, die habe ich mir auch gleich ausgerüstet Dann für solche hier menschlichen NPCs oder hier für so große Gegner Ist das gut, gell? Einfach drauf Einfach drauf So, ab zum Dings Ab zum Turm Geben Sie sich zum Hangar, was gibt es im Hangar? Keine Ahnung Zum Turm Achso, Dominik, wir müssen die Folge beenden Ist gerade Ist schon wieder rum Ja So, meine Lieben Ich bedanke mich fürs Zusehen Lasst uns einen Daumen nach oben da Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es euch gefallen hat Und somit Sagen wir Tschüss Tschüss